Ich bin eine zarte Elfe. Eine zarte Elfe. Oh Gott, ihr Lieben, hallöcheln. Und ich bin dann mal noch eine zarte Elfe. Ich weiß nicht, ich glaube hier an der... Ja doch, warte mal, ich erinnere mich, es ist eine neue Aufnahme. Ich habe hier an dieser Wand, an der Anstacktafel irgendwas mitgenommen und habe es irgendwie gleich gelöst gehabt und ich habe diesen formschönen Helm bekommen. Prächtig, ne? Und soll ich euch mal was sagen? Das Ding ist gar nicht so schlecht. Ich hatte jetzt... Genau, das ist das Drachenschwing-Diade. So eine aussehende Elfe, ne? Aber ich weiß auch nicht. Wir können uns das Ding mal angucken. Ich hätte es schon aufgewertet. Baroch. Kurz mal in die Ausrüstung schauen. Also der Meloire-Helm war ja der, den ich vorher hatte. Also hier war er halt schlechter. Ich nehme den jetzt nochmal. Und ihr seht, der ist irgendwie besser. Nichts im Vergleich natürlich zu diesem schaurigen... Ne, Quatsch. Zu diesem schaurigen Schädel. Aber was soll's. Wir lassen das jetzt so. Ich bin jetzt eine zarte Elfe. So, Baroch. Ich glaub, ich will auch nichts mehr von dir. Wir sind eigentlich ready... ...für unseren nächsten Akt. Shabot, wo schaust du denn du mal hin? Ach, weil er eine kleine Ratte ist. Wow. Zwei Erfahrungspunkte. Ach, kommt, Leute. Wir stellen uns nochmal rein. Die Heilquelle. Oh, das ist so schön einfach. Hier ist doch eine böse Spinne. Ob das macht eigentlich, wenn man einen Statuseffekt hat und man geht dann in die Heilquelle, ist denn der Statuseffekt eigentlich auch weg? Das wär jetzt mal interessant zu wissen. Ich weiß es gar nicht. Und ich hab irgendwas an meiner Maus. Hörtet mal. So, Tisch sauber. Ja, wir sind eigentlich ready for fight. Die Rinde der Klage. Ja, wir müssen ja jetzt ganz normal runter. Das haben wir ja beim ersten Mal gleich gemacht. Wie clever. Oh, warte, die Saurians sind ja... Gib mir doch mal Eis. Ja, Yole, gib mir Eis. Komm, komm. Gib mir Eis. 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 Super. Thank you very much. Oh, was? Ich hab Heilig? Das war jetzt irgendwie doof. Yole hat mich extra auf Eis gebracht. Warte mal, warte mal. Ich brauch den Schwanz. Ja. Sehr gut. Ah. Der ist tot. Oh, oh, was? Gleich so viele hier unten. Das sind viel. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, da ist der Schwanz ab. Tja, au. Wer hat denn seinen Schwanz noch? Ah, der ist auch tot. Wo, wo, was? Sind sie? Das war's? Ja. Na komm, dann lasst uns mal gleich das Zeug mitnehmen. Oh, ah. Hier gibt's einen kleinen Back. Kleinen Grafikbank. Ah, wir haben immer noch Musik. So, ich muss da mal kurz hier am Audio, äh, was ändern. Wollt ihr? Mach auf, Hawk. Hawk, Hawk. I wonder, what's inside? Leave it to me. Ah, das ranzige. Naja, gut. Ich bin ja jetzt schon ziemlich schwer beladen. Ich hab das mal so ein bisschen optimiert, weil ich hab hier einerseits die komischen Medaillen bei und dann diese Gruppen Buffs. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Ich hab jetzt irgendwie von jedem Quark etwas. Aber prepare yourself. Also, es muss ja vorbereitet sein. Ach, wir werden doch schon irgendwie wuppeln. Ach, hier, guckt mal. Guckt mal, ihr Lieben. Ja, holt euch die Scheine. Ja, perfekt. Das klappt doch ganz wunderbar. Hawkwind. Und? Ja? Noch mehr Mondstein. Naja, immerhin. Kommt den Glyphungus. Gibt's hier noch was zum Abkrabben? Nee. Oh. Ah. Grad voll erschrocken. Wieder mal. Ich bin in Finstergraben sehr schreckhaft. Na, seh ich schon was? Nee, ne? Hier sind wir ja mehr oder weniger durchgejagt worden. Also, ich weiß gar nicht genau. Hier müssen wir uns auch einfach mal ein bisschen umschauen. Nee, die Wand ist nicht zum Einstürzen oder sowas. Geht's ja auch lang. Ah, natürlich sind wir nass. Kisten. Ganz viele Kisten und Würmer. Na. Nicht machen. Aua. Ich glaub, die können ganz schön was abziehen hier. Oh, noch mehr. Ah, die sind biestig, ne? Biestig. Ah. Natürlich hab ich den Status-Effekt abbekommen. Let's have a look. Warte mal. Erstmal hier. Lampe. Konditionsquell. Äh, das war auch, glaub ich, was ganz Gutes. Bitte nicht. Ah, Gott sei Dank. Da oben kann man nicht rein. Nope. Nope. Hattet mal, ich muss mal hier das Mikro so ein bisschen runterstellen. Sonst seh ich gar nix. Na, ach man. Ich dachte, ich kann's hier einmal. Mal richtig machen. Ich glaub, da kommt man immer nass durch, ne? Oh. Noch eine Kiste. Und noch eine. So, was ist denn hier los? Und überall springen wir mal. Oh, Mann. Ist das hier alles nass? Novum 2? Komm, ich steck mal kurz den Ampel weg. Oh, was war das denn? Guten Morgen. Nein. Nein. Gratsch. Oh. Muss ich die wieder erreichen? Nein. Was für ein fieser Zauber hier unten, ne? Ausrüstung 1. Liftsteine. Poly-Riffkristall. Ganz viele Riffkristall. Mann, ey, was für ein fieser... Fieser Zauber in so einem engen Raum. So, kann ich jetzt hier meine Lampe anmachen, oder nicht? Bisher sieht's aber noch ganz gut aus. Greater Goblin. Na, warte. Der ist tot. Ha, 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 ha. Hi, hi. Da oben ist auch was. Na, da kommt halt her, oder lass sie es. Wo zur Hölle geht's hier lang? Warte mal, hier kommen wir her. Hier, hier, hier kommen wir doch her. Oh man, guten Morgen, Leute. Komm, das sind jetzt so Goblins. Oh, wo kommst du her? Ich hab eigentlich gewartet, dass er hier was... Ja, den Schmuckstädel nehm ich auch mal mit. Oh nein. Ja. Ach, so ein Scheiß. Äh, Lightning ist... Achso, ja, warte. Hier, Kanone, komm. Oh, das geht gut. Oh, das geht gut. Ha, 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 ha. Aufhören, Chabot. Ich wollte nur... Ah, ich wollte nur blocken. Ist der Eliminator tot? Ist der tot? Ist der tot? Nein, der lebt. Ha! Ha, ha, ha. Ha, ja, 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 ja. Äh, er lebt immer noch. Aber wo ist denn der? Nicht jetzt, bitte. Ich hab zu tun mit diesem Typen. Komm, wenn du jetzt wirklich Leitnäger entfällig bist. Ah. Feuer. Wow. Das haut rein. Äh, was ist jetzt noch los, Kinders? Das ist noch einer. Na, du mich auch. Ja, ich bin... Au. Wow. Ah, die sind schon echt fies, ne? Die fiese Gesellen, du. Ey, warte. Ich seh' nicht mehr. Ich seh' nicht mehr. Na, komm. Ja, schub's mich halt runter, ne? Wir haben wieder Blitz bekommen. Wir haben wieder Blitz. Oh Gott. Nicht Haugwind. Lass die Haugwind in. Oh nein. Wer, wer? Ha. Oga. Wovon der entführt der Kanal? Ist das ein Oga? Ist okay. Das ist vollkommen arm. Oh, wow, wow, wow. Jetzt haben wir den Eliminator fast down. Das ist ja gut, wenn wir bei dem bleiben könnten. Kommt ihr klar, ihr Lieben? Ha ha ha. Autsch. 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 Hallo, ich bin doch schon gar nicht mehr im Griff. Was macht ihr denn? Der holt die Keule raus. Ja, toll, ihr Lieben. Echt nett. Lassen die mich da einfach auf den Boden verrecken, ne? Das ist ja echt nett. Gut. Das merke ich mir. Ich hau ab. Haben wir hier nicht so ne Schale? Oh Gott. Ich muss helfen. Einfach. Oh, Gottes Willen. Ich weiß, es ist wieder sehr dunkel, aber es bringt hier auch nichts, das blöde Licht mal anzumachen. Oga, ich hab zu tun. Können wir den jetzt mal ganz kurz schocken? Ja, Taumel. Boah, was der so frisst an Schaden, ne? Das ist doch unglaublich. Boah. Nicht mit den... Ah, Gott. Los, weg hier. Ähm, Tiefe, Heilig. Ich hab jetzt nicht gerade irgendwas dabei, was uns hilft. Und der Oga raged auch schon. Oh! Das ist echt ein Problem, wenn man hier keine Leuchte hat, ne? Ja, der ist tot. Jetzt müssen wir den Oga. Eis. Jetzt haben wir Eis. Komm mal her. Äh, 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 äh. Ich bin auf dem Kopf. Ich bin auf dem Kopf. Irgendwie. Komm schon. Halt dich fest, Shepard. Ja. Ja, so viel bringt das irgendwie nicht mehr. Oh. Weißt du was? Komm mal runter. Ja. Ich versuch das mal mit der Kanone hier bei ihm. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Leute, haut ab. Ähm, Hawk. Hawk, komm mal her. Das wäre toll, wenn ich ihn sehen würde. Ah, ja, ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber sie haben ja jetzt auch gerade gesagt, wie der Lightning ist. Oh, ich ziehe nichts ab. Gar nichts. Das ist ungewöhnlich. Warte mal. Wir machen hier mal ja... Machen wir das mal. So. So. Probieren wir mal. Nicht so ragen. Bitte nicht anstürmen. Bleib einfach da. Ah, der Tritt ist auch fies. Das hat auch nicht so wirklich geholfen, ne? Jetzt hat er sich ver... 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 Verrüstungt. Das kannst du ihm halt nix tun. So, aufs Beinchen. Okay, mit Lightning. Probieren wir... Die Blitzgeißel. Das Unterlaufen. Shit. Hallo, bleib mal hier. Zweifel. Zwei. Oh. Hat das ja nix noch was gezogen? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab es... Weg. Aua. Also hier hinter der Ecke, wenn mir da noch was passiert. Ja, warte. Au. Oh, Mann. Ich würde ganz gerne mein... Oh. Hi. Mein Zauber ausführen. Das wäre echt... Ja, Susanne. Ja. Ah, jetzt kann ich ihn schon wieder nicht angreifen. Aber du bist ja so ein Penner, ne? Ja, weg. Lightning und ihr gebt euch selbst? Ähm. Kälte. Das macht voll Sinn. Kommen wir doch mal so eine Pilzsuche. Ah, komm mal her. Shit. Hallo. Lass ihn hubern. Ich peitsche dich aus. Ich peitsche dich aus. Ach. Chaka. Nicht. Aua. Oh. Der braucht ja extrem viel, ne? Jetzt schon. Oh Gott. Wir sind so in die Ass. Wir sind so in die Ass. Kannst du dich anlegen? Hör mal auf. Ja. 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 Aber wenn das jetzt schon losgeht. Er hat noch... Er hat noch viel zu viel... Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so... Dematik. Äh. Ich hab mich da irgendwie durchgefräst gerade. Das ist... Oh, Digga. Das kann nicht wahr sein. Autsch. Oh, wir hauen hier mal ab. Er hat noch zweieinhalb. Komm, Feuer muss er irgendwas bringen bei dir. Da fällt mir ein, gibt es eigentlich so eine große Kanone? Ring den hätte ich hier... Wäre cool, wenn du einfach abhauen würdest. Oha, oha, oha. Jetzt tut's aber auch weh. Oha. Oh. Oh, Hawk. Hast du gerade noch... Gerade noch... Äh... Gehandelt. Hawk, heil mal. Hawk, Wind. Danke. Auch wenn der nicht so weit sind würde. Oh, shit. Oh, shit. Da kommst du... Kommst du um die Ecke hier? Ne, Lewis, komm mal. Ja, ich mach nicht so viel Schaden. Ja. Komm, anderthalb, anderthalb. Verdammt. Komm, ich baue noch eine auf. Wer macht eigentlich den Schaden? Ist das vielleicht Hawk mit ihrem... Äh, mit ihrem Boden? Oh, verdammt. Es wär toll... Kommt mal hier hoch, bevor hier noch mehr um die Ecke lauert. Hier, hier. Lass den hochkommen. Oder lass den Ragen von mir aus. Ja, auf die Emme. Oh. Oh. Ich wollte zwar hin, da... Oh, oh, oh. Warte mal schnell, schnell was auffüllen. So. Komm aufs Gesicht jetzt. Das ist schlecht. Ah, der, ah, der, ah, der, ah, der, ah, der. Hilfe, 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 Hilfe. Ich schmecke nicht. Oh, du brauchst mir... Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Das ist nicht gut. Ich hab nicht so viele Gesundheitstrukt. So, helf mir doch mal. Das kann ja nicht wahr sein. Viel zu viel an mir genagt. Ach, du Arsch. Hallo? Ich komm hier gar nicht raus. Penner, Arschloch. Penner. That was too much, ihr Lieben. Ihr müsst da intervenieren, wenn ich da hänge. Und angeknabbert werde. Ich kann da keine fünf Gesundheitsdrucks einwerfen. Das geht nicht. Dann haut ihm doch einfach auf die Frösse. Komm, hier nochmal die Laterne weg. Laterne wieder raus. Endlich haben wir wieder Licht. Na, dat war ja wat. Ist auch die Frage, warum ich keinen Schaden gemacht hab bei ihm. Also ein Ogre ist ja jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ähm, so, da kamen wir her. Jetzt geben wir mal alles ab. Was ist das hier? Sammeln wir mal. Großer Geldbeutel. Und dann kommt man... Warte mal, das ist aber nicht... Doch, beides. Ja, beides. Das war denn die Stelle, wo der hier rumgepackt hat. Okay. Das hab ich gerefft. Kommt, Glyphungus. Ob man da oben vielleicht auch irgendwie reinkommt. Oh, hier ist noch ne Kisse. Ah, kommt. Ich mach's mal. Schwarze Handschuhe können wir verkaufen. Und das ist die... Ah, das ist die Stelle. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will, ehrlich gesagt. Will ich's? Ah, okay. Muss kommen. Vielleicht ist ja da wirklich was. Das Problem ist halt... Ähm, hier an der Stelle sind das die Vasallen, die problematisch sind. Ich hätt gerne ne Laterne dafür. Ah, 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 ah. Sammeln. Nur ne Sammelstelle jetzt. Wow. Den ranzigen Riesen... Ja. Dankeschön. Ähm. What? What? Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, nicht nett. Endlich nicht. Wenn ihr da draußen die makabre Statue schon eingesammelt habt, vergesst diese Stelle. Geht da nicht mehr raus. Was für zu riskant. Totenschädel brauchen wir nicht. Hier ist ne Kisse. Mach die auf. M-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Macht ihr auf? Nicht den Schädel. Ah, gut, komm. Das ist immer so eine kleine Schrecksekunde, wenn man so vor so einer Truhe steht. Ich habe echt immer Schuss, gegessen zu werden. Der Hartknollentunke. Und ich glaube, ich bin superschwer, ne? Nee, ich bin mittel. Aber man merkt's. Hier im Wasser zu laufen, ist dann auch noch ein bisschen... Also verlangsamt ein einfach. Ich gebe's jetzt mal Yorla. Weil Yorla ja eh schon mittel ist. Aha. Kommen das auch rüber? Na, aber vielleicht schaffe ich's nicht, ne? Was ist das? Ah, Finstergramm Novum 1. Quatsch, das war Novum 2, 3 oder so, ne? Äh, übergeben. Was habe ich denn gerade noch eingesammelt? Ach hier, diese schwarzen Handschuhe. Yorla, nimm mal. Und das war's. Ah, na gut. Ähm, Hork hat jetzt auch ganz viel von... von den Heilungskram mit. Also sollten wir mal was brauchen, müssen wir halt eben Hork anpumpen. Aber die tragen ja auch wie... Wo weiß ich was, ne? Horkwind und Hork. Die tragen... Kannst du Tonnen draufpacken. Die... Die schaffen das. Die Frauen sind hart. Ein Schrein vergeblicher Wahrheiten. Was ist hier los? Wieso bufft ihr? Ich hätte das gern. Danke. Super. Ah, wir sind beim... Ja, okay. Wir sind beim Auge. Na, da wissen wir jetzt, wie wir's machen. Oder auch nicht. Das wird, glaub ich, nicht besser. Ähm, der war gegen Heilig. Bitte jetzt nicht anpieksern. Ich muss hier den Zauber noch durchführen. Von mir aus auch mal ganz kurz hier Dämonstorn. Und du hörst auf. Okay, das war's für ihn. Komm, machen wir erstmal die Tentakeln hier. Ich glaub, ich werd diesmal versuchen, irgendwie oben zu bleiben. Boah. Macht das eigentlich... Ja, das macht ein bisschen Schaden. Also rankommen tue ich eh nicht. Aber wir können eben schon mal diese Bubbles abschlagen. Das ärgert ihn. Ja, da vor allen Dingen. Da sind Bubbles. Bubbles, merkt ihr, dass da hinten Bubbles sind? Bitte. Ihr Ball ist am Rauchwerk. Komm, sehen wir mal. Ja, da ist es perfekt, wenn... Ähm... Wir sind bound? What? Was hat der geschafft? Yollu. Yollu. Ja, genau. Dankeschön. Oh, warte mal. Wir machen nochmal heilig. Und wenn der einen anschaut, dann hat man irgendwie die beste Möglichkeit, ihm das Zeug einfach direkt ins Auge zu pfeffern. So. Hey, Dicke. Willst du mich nochmal angucken? Ich nehm dann auch Statussachen in Kauf. Ja. Jeden Tag. Es bringt... Es bringt nicht so viel. Es wäre cool, wenn du mich angucken könntest. Guck mich an, Dicke. Warte mal. Ah. Okay. What? Warte mal. Hier sind... Hier sind... Hier sind... Hier sind Bubbles. Ja, der ist weg. Ich bin jetzt echt auf ihm drauf, ne? Warte. Hier ist nochmal so ein Bubble. Ah. It... It ist so weit. Autsch. Ich hab... Konzentriere dich doch heute mal auf eins. Dankeschön. So. Warte mal. Jetzt müssen wir ihn erstmal kurz unterholen. Das mache ich jetzt aber so händig. Der muss... Er muss fallen. Genau. Und zwar... Waffen wir. Wir buffen jetzt, ne? Hart. Wir buffen jetzt richtig hart. Äh... Stärke? Wo sind die Amulette des Eroberers? Ich weiß nicht, ob die die jetzt damit... Keine Ahnung. Einfach rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Nein, aufs Auge. Aufs Auge. Los. Los, noch mehr. Noch mehr. Los, und noch weiter. Tot. Das sind die Medaillen. Yes. Ja, ich dachte schon. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir wieder 20 Minuten an dem Ding. Aber... Alter. Ach, wie geil. Wie gut. Wie gut. Ich fühl mich grad richtig toll. Und das... Echt alles nur an den... An den Medaillons. Novum 2. Och, was ehrlich. Auftrag gemeistert. Was auch immer. Ach, ist das schön. Ich hab's geschafft. Und jetzt euch auch mal gezeigt, wie leicht er ist, ne? Wenn man... Wenn man's halt richtig macht. Ähm... Aufmunterungs-Duftwasser. Komm, wir plündern. Das ist doch immer das Tollste hier an Dragonstalk, mal einfach zu plündern. Heilbrunnen. Heilbrunnen. Oh, warte mal, die... Ja, Basilistin ist auch gut. Ich hätte die Tunke gern. Und noch mehr Tunke. Äh, ich weiß jetzt nicht. Ich glaub, hier sind keine Würmer drin, oder? Let's have a look. Novum 1, naja. Aufmunterungs-Duftwasser. Ach, wie gut. Ich freu mich total, dass das jetzt so hervorragend geklappt hat. Amulett des Dämons. Ich glaub, das war Magie, ne? Dämon. Ich muss mir das mal langsam so einprägen, aber bei den Amuletten fällt's mir noch schwer. Pulversphäre. Aber es ist Königslattig. Gesegneter Weihrauch. Ist, glaub ich, Gruppenheilung? Hast du grad den flüssigen Elan eingepackt? Ja, le. Gib mir den mal, bitte. Ne, den hab ich. Anscheinend hab ich den. Ja, vier Stück. Mhm. Ja, toll. Luna, Arnes, Königslattig. Wir werden beschenkt. Äh, nochmal gesegneter Weihrauch. Also bisher weiß ich immer nur von Gruppenheilung, äh, Mittel oder etwas oder irgendwie sowas. Also Beisam, Rauchwerk und Co, ne? Ihr wisst's noch. Ähm, gibt es eigentlich auch so eine Gruppenheilung, die alles macht? Also, da gibt's zwar diesen, wie heißt denn das? Das hab ich, glaub ich, auch bei. Aber das ist so extrem teuer. Gibt es da nicht irgendwie so eine Alternative? Äh, eine Gruppe. Genau. Belebender Weihrauch hab ich zwei Stück bei, aber das findest du ja so gut wie gar nicht. Pilzsuppe, Flammbandtau, herrisches Tonicum? Ist für eine Person? Äh, ha, ha, ha. Gesegneter, ja genau, eine Gruppe, viel. Das ist das wohl die Alternative. Abtrünniges Auge. Juhu. Hihihi. Oh, Königslattich. Der wird mitgenommen. Schade, dass man den nicht einkaufen kann. Das wär richtig Bombe. Das wär Bombe. Äh, wahrscheinlich gibt's jetzt auch oben was. Ich guck mal, äh, oder wir gucken mal schnell. Ich bin ja mal wieder runtergefallen. Oh ja, Kiste. Immer hin, mal her hier. Immer her damit. Dem guten Staff. Luna Arnes haben wir auch oben in Grances. Das ist jetzt vorrangig, ja, braucht man, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oh, Felsenrassling. Amulett des Ordenmanns. Und hier bin ich dann runtergefahren, oder? Oder runtergesprungen. Nee, hier auch nicht. Ich warte, Felsenrassling, nehmen wir mit. Und dich auch. Mein guter. Hihi. Ach, ich freu mich immer noch so. Ach, ist das schön, ist das schön. Beim ersten Mal war ich so am Verzweifeln, ne? Also, das hat auch so ewig lange gedauert, weil du mit dem mystischen Ritter-Tatsache teilweise ähm, im Nachteil bist. Das ist vor allen Dingen hier so ein Finstergraben. Ihr habt's ja gesehen, das sind so, ähm, doch teilweise sehr enge Räume, ne? Da bietet sich's an, irgendwie, ähm, mit so einem Querschläger rein oder die, die Feinde, die muss man sich hier ein bisschen auf Abstand halten, ne? Das, die ganzen Kriegerklassen sind hier im Nachteil. Fuliantina? Göttinnen-Gemme, okay. Na, komm, ich fall jetzt da nicht runter. Oh, Ausdauer. Ach, ich bin ja auch super schwer. Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, Hork, den musst du jetzt auch ein bisschen tragen, bis wir wieder alle mittel sind. Ich seh's ja jetzt schon. Ähm, die Finstergraben-Novum. Schade, dass es nur so ein Novum-Zeug ist gerade. Und warum bin ich noch so schwer? Hier, die Fische vielleicht. Ganze Geriesenfische. Hork, ne? Hast du Lust, ne? Kräusel. Die wiegen ja richtig. Gesegneter Weihrauch. Komm, das behalte ich jetzt mal. Perfekt. Und ab durch die Mitte. Oh, da oben ist auch noch. Mädels, wollt ihr mal? Ja, ja, komm. Hier, da. Schaut mal. Da sind Steinchen. Vielleicht die am Morgen. Wollt ihr nicht? Na gut. Muss ich das wieder machen. Platin-Klumpen. Äh, noch mehr. Quatsch auf, gleich bin ich wieder schwer. Aber es wird so machen, ne? Lava-Stein. Mhm. Und das heißt, erster Abschnitt geschafft. Yay. Und wir haben viel Zeug, ne? Flur der Leere. Ja, Baroch. Oh, in dem Moment geht meine Laterne aus. Wir haben den ersten Abschnitt geschafft. Den zweiten Run. Alles noch sehr angenehm bisher, ne? Oh, Baroch, wie cool. Komm her, mein Guter. Lass mal kurz bei Verfeinern schauen. Ah, wir können jetzt das diabolische Schwert aufrüsten. Na, aber sowas von. Beim ersten Mal konnte ich halt nur Geld reinpacken. Von daher habe ich es noch gemacht. Ja, weiß ich nicht. Schwarze Strumpfhosen. Haben wir jetzt mal was? Ne, wir haben immer noch keine Sirenenflughaut. Mann, verdammt. Ja, alle für dich. Wir haben eigentlich soweit nichts zum Aufwerten. Das ist so schade. Ich muss auch mal... Das Problem ist... Wolle, bitte. Das Problem ist, dass ja alle halt Zeug für den Magier trägt. Das heißt, ich kann gar nicht so viel machen, ne? Jetzt kommt den Starkler, den packe ich weg. Ich werde auch... Was mache ich jetzt eigentlich in meinem Inventar? Die Folge, wir sind vorbei. Ausendige Linde. Wir machen dann nächstes Mal weiter. Der hat mich gerade verwirrt. Ich werde mal ein Zeug machen und dann gehen wir gemeinsam zu Eura und schauen mal, was wir aus unseren netten Sachen bekommen. Ich denke mal, dieses Mal machen wir es wieder gemeinsam, ne? Was dann, ihr Lieben? Tschüss!